ARD Text im Auftrag von Funk Dann sprinten wir jetzt auch in Roboter-Manier dahin. Bam. Ich find's immer noch cool, wie er läuft. Und das ist auch geil. Hui. So, ja, da müssen sie noch irgendwo sein. Da sind sie. Okay. Uff. Da ist er. Ihr seid beide schon zurück? Wie ist es bei dir gelaufen? Ich habe alles irgendwie erledigt, aber jetzt bin ich furchtbar müde. Hä? Alles? Du hast das alles allein geschafft? Ja. Stand alles in dieser Missionsliste, die du mir gegeben hast. Nicht alles, was auf der Liste stand, hätte sofort erledigt werden müssen. Echt? Naja. Wenigstens macht euch das dann die Sache leichter, oder? Du. Und? Ich dachte, du hättest gesagt, wir sollten uns etwas anhören. Wenn alles erledigt ist. Er wäre. Ja, genau. Fast hätte ich das vergessen. Danke. Oh Mann. Was wirklich wichtig ist. Das vergisst man doch nicht. Hat das echt vergessen, der Idiot? Deshalb stecke ich jetzt in diesem Körper. Aber innerlich bin ich... Noch Naruto Uzumaki. Ich verstehe. Du bist also derjenige, der am Hauptkampf teilnimmt, ein Buchstapler. Hä? Ihr glaubt mir tatsächlich? Ich kann einfach nicht anders. Zuerst hörte es nicht das Ganze, ja seltsam an, aber deine ganze Haltung. Das ist ganz der Naruto, den ich kenne. Ja. Dieses ganz und gar unbekümmerte und irgendwie auch konfuse Denken ist wirklich typisch Naruto Uzumaki. Ahaha. Gut. Sakura, Shikamaru. Ich bin euch so dankbar. Ist dir zwar einige mühen Kosten, aber ich vermire besser auch den Rest. Sakura, kannst du bitte Joji und die... Joji? Joji? Und die anderen zusammenholen? Ich werde ihnen alles erklären. Hm. Hm. Gut. Mach ich. Super. Ist der Rest noch die Impfung? W-was? Bist du wirklich Naruto? Jetzt wisst ihr alles. Ich muss euch bitten, dass wenigstens ihr diesem Naruto euer Vertrauen schenkt. Ähm. Ich weiß nicht recht. Mir fällt es schwer zu glauben, was hier vor sich gehen soll. Ganz ehrlich, mir geht es genauso. Moment mal. Sakura, du traust mir ja immer noch nicht. Schon gut. Doch, ich vertraue dir. Na hoffentlich. Du, du bist wirklich sicher, dass du Naruto bist? Du schwindelst uns doch nicht an, oder? Na hör mal. Das ist die pure Wahrheit. Du musst mir einfach glauben. Dieser Naruto ist der echte Naruto. Hoppa. Huh. Hinata? Hinata? Du. Und? Ist der Hauptkampf zu Ende? Ja. Auch darüber muss ich mit euch sprechen. Hm. Ah ja. Also ist dir auch etwas seltsam vorgekommen. Ja, seine ganze Haltung. Das war alles irgendwie anders, aber er sah aus wie Naruto und war auch sehr stark. Aber ihr habt es bis in die Endrunde geschafft, stimmt's? Dieser falsche Naruto muss wirklich stark sein. Ein Flucht soll er sein. Meinen Körper einfach zu benutzen, als wäre es seiner. Aber er ist nicht Naruto. Den Grund kann ich noch nicht mal benennen, aber irgendwie wusste ich es. Was meinst du mit irgendwie wusstest du es? Hä? Hä? Wenn Hinata das sagt, wird es auch stimmen. Sie hat dich intensiver beobachtet, als irgendjemand sonst. Hä? Warum wirkt Sakura denn so wütend? Oh, Sakura sagt jetzt nicht, dass du... Halt die Klappe. Ho, ho, ho. Sie ist eifersüchtig. Na, wie auch immer. Was willst du jetzt unternehmen, Naruto? Wenn du willst, könnten wir ihn herholen und zwingen, den Wechsel rückgängig zu machen. Nee, das ist nicht nötig. Wieso nicht? Was, wieso? Ich kann seine Gefühle nachvollziehen. Nur seine Reaktion war falsch. Deshalb muss ich ihm bei passender Gelegenheit den richtigen Weg zeigen. Na gut. Also Hinata, darf ich dich um einen riesen Gefallen bitten? Ich weiß, was du sagen willst. Du kannst für mich in der Änderung nicht teilnehmen. Das war sowieso dein Platz. Danke, Hinata. Also gut, Sakura und ich werden die Fünfte informieren. Danke, ihr zwei. Überlasst es also uns, sie zu überzeugen. Sei nur vorsichtig. Die Endrunde wird nicht einfach sein. Niemand im Publikum weiß, was wirklich vor sich geht. Alle werden den falschen Naruto anfeuern. Ich weiß das. Daraus muss ich tun, was ich tun muss. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Also dann, achte drauf, dich gut vorzubereiten, damit du nicht scheitest. Mach ich. Perfekt. Also gut, ich sollte jetzt besser meine Vorbereitung treffen. Wenn das erledigt ist, gehe ich nach Hause und lege nur noch die Beine hoch. Ich darf das morgen nicht in den Sand setzen. Okay. Reden wir hier kurz. Anscheinend schreibst du viel im Dorf umher. Naja, verboten ist das nicht, solange man keinen Ärger macht. Lass uns mal speichern. Vorbereitung. Was für Vorbereitung. Hui. Hui. Endlich, die Endrunde. Ich würde sie mir auch ja gern ansehen, aber ich... Ich habe andere Flichten verflucht. Hui, Vorsicht, Kind. Hier kommt der fliegende Naruto. War das hier der, ähm... ...der Laden mit den ganzen... ...Items? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Billige Wunssalbe. Kostet 500. Wir haben das Geld, wir kaufen es einfach. Cool. Tausch, stopp. Kommen wir auch mit diesen, auch ganz gut. Boah, so viel kostet das. Das hat kaum was, ähm... Ja. Kaum Geld abgezogen müssen wir sehen. Was soll ich noch nehmen? Was haben wir da? Riesenschnell, bla, nein. Abwehrfähigkeit, nein. Ich brauche hier irgendwas. Hast du leider nicht. Okay, schade. Ich hätte gern was gehabt, wo es... ...was alles irgendwie auf... ...Punkt bei mir. Was? Okay. Äh... Chakra-Bond, okay, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Ne, ich glaube, wir lassen es so, wie es ist. Vielleicht nehmen wir ein paar von denen noch mit. Wir haben das Geld. Ich glaube, wir brauchen sowieso nicht. So. Arigato, dankeschön. Tschüss. Ich hüpfe ein bisschen in deinem Laden rum. Moppa. Ähm... Lotterie, lose. So was wir malen. Komm, machen wir mal. Haben wir ein paar gekriegt. Lotterie ausprobieren. Benutzern wir mal einen. Klasse 1. Was haben wir da? Eine Maske. Schwanz des Fünffänzigen. Version 2, oder was? Okay. Benutzen wir mal 10. Mehr geht auch nicht. Klasse 3. Klasse 1. Überspringen wir mal. Was haben wir da? Okay. Überspringen wir alles. Was haben wir da? Neji Hyuga haben wir. Schwanz des Fünffänzigen. Version 2. Bittige Wunscherhalber. Zweischwänziges Jung. Titel älterer Lehrling. Ninja-Infokarte. Dreischwänziges Jung. Titel Holzversteck. Schleuder Kunai. Keine Ahnung, was das alles bringt. Ja, vielen Dank. Schauen wir uns mal an, was wir da überhaupt gekriegt haben. Vielleicht Sammlung? Bei Sammlung. Utipalisierung Musik. Ninja-Infokarten Bild. Ninja-Infokarten kannst du bearbeiten, wenn du einen Online-Kampf beschreitest. Alles klar, okay. Ach so, okay. Oh, da war doch was. Cool. Okay, das ist das. Titel, was bringt mir Titel? Die kann ich wahrscheinlich dann an die Karte noch sehr. Design. Nein, brauche ich nicht. Okay. Alles ein bisschen Quatsch. Das ist so, was mich gerade überhaupt nicht interessiert. Deshalb. Bringen wir auf. Gehen wir ins Bett. Schlafen. Bam, 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 bam. Bringen wir die ganze Zeitung durcheinander. So. Was habe ich da aufgesammelt? Keine Ahnung. Egal. Ist nicht vorbei. Ey, geht. Ich finde es an jeder Ecke, diese verdammten Lose. Äh, wo lang? Da, da. Ich weiß das gar nicht, wo lang ich muss. Ah, da. Nein, ich komme da nicht hoch. Verdammt. Aber von hier aus komme ich hoch. Perfekt. Dürmer Hund. So. Ja, das genügt. Ich bin bereit, auf jeden Fall. Kein Problem. Ich habe alles eingekauft, was ich brauche. Am nächsten Tag. Ah. Ein schöner Tag bricht an. Ich habe das Gefühl, dieser Körper wird mich nicht einschlafen lassen. Nicht so eine Sache, bei der ich gut nachfühlen kann, was er durchgemacht haben muss. Okay, bla. Ah, Naruto. Oh, hallo. Du bist früh dran. Naja, das auch aber. Gestern teilte der Turnier, äh, die Turnierleitung mit, dass die Regeln für die Endrunde geändert wurden, würden, 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 würden. Hä? Die Regeln werden geändert? Bis jetzt war vorgesehen, dass das gewinnt, wer die meisten Kampfkugeln bekommt. Okay, jetzt wird in seinem Kampf, jetzt ist sein Kampf entschieden. Hä? Also haben die Kampfkugeln gar keine Bedeutung und alles hängt von einem Entscheidungskampfer? Ich, ich glaube, das ist, was die Regelung vorsieht. Ich verstehe. Das ist doch perfekt. Für mich ist das sowieso nur von Vorteil. Du kommst doch zurecht, oder? Kein Problem. Verrass dich auf mich. Also gut. Alles klar, Antiharheit. Verdammt, ein Kampfkugel, da habe ich echt keine Lust drauf. Ach so. Boah, wie cool das aussieht. Das ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste, das Wichtigste, das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste. Ich bin kein Unbekannter, verdammt. Ja, lang nicht gesehen. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ich bin nur von mir aus dem Gehäu. Ich bin nicht so schlecht. Geh, bitte! Die beiden Menschen sind glücklich. Die心 ist sehr warm. Das ist ein guter Gehäu. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Ihr hört doch jetzt auf zu reden. Perfekt. Ok. Gegen Naruto. Das wollte ich gar nicht. So, das wollte ich. Ich kann eh nur ein paar mitnehmen. Da sind wir auch noch mit. Haben wir noch irgendwas dabei, was uns vielleicht helfen könnte? Nein, egal. Wir lassen es so. Das sieht doch ganz gut aus so. Schade, dass wir nicht mehr tragen können. Das finde ich echt ungerecht. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Wir werden gewinnen, verdammt. Wir werden. Letzte Runde. Naruto gegen falscher Naruto. Gewinne den Kampf. Das ist unsere... ... ... ... ... ... ... Er ist stark. So, jetzt hat er es. Jetzt kriegt er es. Jetzt kriegt er es ab. Bam! So, dann da ist. Was versuchst du denn? Was versuchst du da, hä? Was war das? Das wird nichts, mein Freund. Das wird nichts. Boah, wo bist du? Hingesprungen, verdammt. Boah, du Sack. Nein, verdammt. Oh, ich habe keinen Tausch mehr. Oh, das hat er mich immer erwischt da. Nein! Perfekt. Jawoll. Nein, das war einfach so. Oh, es ist aber eine Kombo, es ist aber eine Kombo. Nennt das, du kriegst mich nicht, du. So, jetzt kriegst du auch einfach. Bam! Nein! Nein! Nein, das gibt es noch nicht. Ah! So, ah, fast ab. Jawoll. Nein! Jetzt hat er mich einfach weg. Das ist doch nicht möglich. So, so, komm her. Perfekt. Ja. Chakra vollständig aufgeladen. Sicherung gelöst. Komm. Feuer! Boom! Gib ihm! Nein! Er lebt doch! Jawoll! Jawoll, gewonnen. Oh, es war aber knapp. Ganz ehrlich. Nur 10. Schlecht. Aktion, Fertigkeiten, Überwiegung, 10, Überwiegung, ausgefällt. Ah, lässt sich doppelge. Okay, ja, ja. Okay. Brauchen wir nicht. Ich treffe mir Chakraschwind, Abbruch, okay. Puh, wir haben ihn besiegt. Hervorragend. Find ich gut. Wollte das? Ich hab ja so einen Gegnergriff. Das ist doch nicht... Nis, shi, shi, doodak. Kurau shita ze. Koko made a yateru noak. N-nannto yukod deshoh. Oh, das ist einfach totaler Stand. Oh, das ist ein einfach totaler Stand. Was? Das? Jetzt feiern sie alle ihn an. Ich habe nur noch einen NARUTO gebeten. Ich habe keine Unterstützung für dich. Ich bin der NARUTO, ich bin der NARUTO. Ich habe mich für alle. Ich bin jetzt in den nächsten Runden. Ah, perfekt. Jetzt hat er es wieder gemacht. Jetzt kriege ich meinen Körper wieder. Was ist da passiert? Oh, es ist wieder zurück! Es ist wieder zurück! Es ist wieder zurück! Es ist irgendwie wieder zurück. Es ist gut. Ich glaube, dein Körper ist super. Es ist schwer, aber... Es ist noch schnell zufrieden. Deine Körper ist glücklich. Die Bewegung ist逆. Was ist das? Es ist egal. Oh, der verprügelt mich, aber... Unglaublich! Er hat sich nicht gewöhnt. Er hat sich nicht gewöhnt. Es ist noch nicht gewöhnt! Ich werde nicht gewöhnt! Oh, der Kämpfer ist echt weiter. Ist nicht gedacht. Eid? Geh! Geh! Der andere bringt es überhaupt nicht mehr, gell? Er versteht die Welt nicht mehr. Was ist das? 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 Ich weiß noch nicht. Wenn man sich bewegt, wenn man sich bewegt, kann man sich nicht mehr. Wenn man sich bewegt, muss man sich bewegt. Das ist das hier! Was ist das? Geh! 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 Mecha-Naruto! Cool! Und nochmal. Ah, verdammt! Ich hätte mich ja vorhin heilen können. Belassen, so wie es ist. Ich habe hier nur ein Stamm, also ein Tausch-Item verbraucht. Aber das ist ja nicht so tragisch. So, die letzte Runde. Aber hoffentlich ist es auch die wirklich letzte Runde in dieser Geschichte. Oh, wie gemein! Nein! Aber ich bin trotzdem stärker, wie du. What? Hey! So, nimm das, 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 das! Ich muss schnell aufholen. Sch-Schnell, schnell! Nein! Der soll zurückspielen! So! So ist gut! 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 Ich heil mich mal! Ich lade mich ein bisschen auf! Oh, ein Spruch! Oh, er hat's verplappt! Oh, geil! Ja- Na- Bamn! Sehr gut! Nein, er hat noch Energie, ist auch. Ups, ich hoffe, ich hab den bisschen nicht. Ahaha, Subcombe läuft genau rein. Feuer! Kein Problem. Kein Problem? Was hat er sich dabei gedacht, mich anzugreifen? Absolut, kein Problem. Für mich. Es ist wieder viel geredet. Es ist wie der kümmerliche Tatsache. Das ist so, ich glaube, es ist ein Sprechner. Das ist so, ich sage das so. Send Dir ein wenigstens. Ja. Ich bin hier in der Lage, dass du mich bist. Ich werde mich nicht so bewegen. Ich habe das erste Gefühl, dass du dich mit deinem Körper bist. Du hast auch nicht gewusst, dass du auch nicht. Das ist so, dass du dich mit einem Stimmungs-Bereich bist. Ich habe auch schon gesehen, dass ich mit meinem eigenen Gesicht gesehen habe. Aber es ist so, dass ich mein Körper nicht verstanden habe. Aber es ist nicht so, dass ich mich mit meinem Körper verstanden habe. Ich habe mich mit meinem Körper, mit meinem Körper, mit meinem Körper, damit ich mich alle nicht verstanden habe. Ich wollte mich mit meinem Körper nicht verstanden. Das geht nicht so einfach, mein Freund. Dafür muss man was tun. Das ist ein Verständnis. Ich bin alle, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich bin alle, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich habe auch immer noch versucht, und ich habe mich nicht verletzend, dass ich mich nicht verletzen kann. Du bist auch mit mir? Es war sehr schwer. Aber ich denke, dass ich nicht weggekommen habe. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin ebenso reid, aber ich habe es geschafft. Ich werde es geschafft. Ich gehe mit mir, dann gehe ich zu und stelle. Ich habe es geschafft, dass du meinen Namen mit mir verpasst. Zydel, meine Damen! Ich habe mich nicht in die Zeit. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich nicht mehr schlafen. Es ist ein Wachstum. Wenn ich mich sicher wieder zurückkehren, dann kann ich mich nicht mehr. Aber ich bin nicht mehr. Ok, jetzt ist es ein Wachstum. Ich bin jetzt ein Wachstum. Ich bin einfach ein Wachstum. Ich bin einfach ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Es ist ein Wachstum. Das war ein tolles Wettbewerb, aber es war ein tolles Wettbewerb. Aber es war ein tolles Wettbewerb. Der Wettbewerb wurde plötzlich gegründet, und der Wettbewerb wurde wieder gegründet. Aber es war ein tolles Wettbewerb. Aber es war ein tolles Wettbewerb, aber es war ein tolles Wettbewerb. Aber wir haben einen tollen Wettbewerb, und die Aufmerksamkeit. Wir haben einen riesigen Wettbewerb. Der Begriff hat sich, dass die Wettbewerb betreffend, und es macht sich die große Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. 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 Dankeschön.